An dieser Stelle freue ich mich, ganz, ganz liebe Grüße zu senden. Ich bin in Dubai. Ich glaube, man hört, die Klimaanlage ist der 19. Stock. Es ist ein sehr skurrile Ort, um eine Klimakonferenz zu verhandeln. Es ist auch ein skurrile Ort, um für Klimagerechtigkeit zu kämpfen. Aber wir nehmen die Dinge, wie sie kommen und hier sind wir. Und jetzt würde ich sagen, wenn ich mich hier umblickt, auch in Dubai, bei gefühlten 7000 Grad Celsius, im 19. Stock, von einem wirklich menschenfeindlichen Hochhauskomplex, dann merken wir, wie viel zu tun ist und was wir noch alles zu erkämpfen und zu erstreiten haben. Und in dem Sinne, lass uns die Ärmel hochkrampeln. Ich sende ganz liebe Grüße. War ja eine echte Fehlleistung.